servus zusammen seit einiger zeit hat facebook ja die funktion eingeführt dass videos automatisch abgespielt werden wenn ihr über eure timeline scrollt leider habe ich gerade kein beispiel dafür auf jeden fall manchmal kann es doch ziemlich nervig sein auch wenn das ganze ohne ton ist aber zum einen ist verwirrt zwischenzeitlich und ja wie gesagt es kann auch etwas nervig sein wie die funktion abstellen könnte das möchte ich euch in diesem video zeigen wir gehen dazu erstmal in unsere facebook einstellungen indem wir auf unseren pfeil hier rechtsklicken und auf einstellungen gehen dort haben wir jetzt hier auf der linken seite den bereich videos und klicken dort drauf und hier können wir jetzt einstellen dass das automatische abspielen von videos an oder ausgeschaltet werden soll wir haben es standardmäßig auf an weil facebook fragt ja nicht was die leute wollen sie machen es einfach ja und wir klicken einfach darauf machen auf aus und fertig ist die sache ja das war es im prinzip schon wenn ihr noch irgendwelche fragen habt gerne in die kommentare ich bin weg servus und bei bei einem fly